Alle sind eingeladen, lebenswerte Gemeinden der Zukunft zu gestalten. Einfach bewusst gemeinsam leben zu können. Machen wir uns mutig und voll Freude auf. Wir sind etwas, was berührt. Dieses Neue, dieses Konzertum zu haben. Aus der Basis heute, aus den Menschen, die heute da sind, viele sagen, ja und, und jetzt gehen wir in dem Sinn weiter. Wir wissen, glaube ich, noch gar nicht, welche Chancen wir haben, wenn wir uns jetzt einmal bewegen. Wenn wir das, was wir da heute haben, in einer Gemeinde hätten, dann hätten wir die lebenswerte Gemeinde. Das ist eine lebenswerte Gemeinde für den Klimaschutz. Was umgekehrt ist, dass wir es kombinieren. Tolle spannende Projekte und tolle Ideen. Dezentralisierung, Weltmeisterung. Die Obstpflanzen. Hochwertige Grünflächen. Nachhaltig. Unser Umwelt erhalten. Zurückzukehren, die Ressourcen der Natur. Nachhaltige Produkte in den Haushalt bringt. Erhaltung der Nahversorger beitragen können. Und so hat nur Vorteile. Zurück kommt zum Ursprung. Die helfen einander. Das Miteinander. Ökologisch menschenorientierter Denken. Ich finde die Idee sehr, sehr gut. Ich bin total überrascht. Das, was wir wirklich gestalten können, ist die Zukunft. Okay, gut. Wir sind bereit, ein Feuer zu entfachen.